schön dass sie wieder eingeschaltet habt und damit willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten 1 vorweg leute ich ja wie soll ich wie soll ich anfangen persönliche einzelschicksale die kann ich die kann ich nicht immer betrachten also wenn ihr mich auf irgendwelchen sozialen kanälen anschreibt persönlich toto kannst du mal toto mach mal dann finde ich das toll ja aber es ist dann ist es dann teilweise sind es so halt persönliche einzelschicksale und da mache ich jetzt kein dicken raus oder sowas oder kommst heute online macht heute live stream und so weiter schenkt euch dass ich werde darauf nicht mehr reagieren oder antworten beziehungsweise ich werde euch natürlich eine antwort geben weil so viel bin ich immer aber letztendlich sind das auch sachen da müsste selber mal eins und eins zusammenzählen sage ich jetzt mal also natürlich kann man nachvollziehen ganz einfach wann ich einen account erstellt habe also ich kann das in der regel das kann man aber nur machen wenn man sage ich mal ich erstelle mir jetzt ein google account einfach nur als beispiel ich stelle mir jetzt ein google account dann bekomme ich in gmail eine herzlich willkommen nachricht dass die hat ja ein tages und datum stempel und wenn ich am gleichen tag mein clash of clansdorf anfange dann weiß ich wann ich mein clash of clansdorf mal angefangen habe so einfach ist das jetzt natürlich voraus dass ihr dort die e-mails nie löscht oder halt ganz ganz selten löscht oder was weiß ich in irgendwelche ordner reinpackt die gelöscht werden und dann kann man das nachvollziehen anders geht es leider nicht es geht natürlich aber ich glaube bei google geht es noch in den in den statistiken des spielers oder sowas anhand der erfolge die werden daher auch festgehalten da kann man dann sehen wann man glaube ich hier so den ersten erfolg hatte ich glaube das ist immer so das erste lager oder sowas auf ein level höher und so weiter aber bei apple weiß ich sowas gar nicht muss ich gestehen und aber mehr möchte ich dazu gar nicht sagen ja es ist es ist nervig es ist so einfach oder sagen wir mal so einfach und es ist eigentlich so wie soll man sagen ausgeglichen will ich jetzt nicht sagen aber worauf ich eigentlich hinaus will ist ist die liga woche die liga woche in drei clans mal wieder geschafft also im clan deutschland dort spielen wir in gold 1 glaube ich im clan herausforderer natürlich dort in meister 3 und in kristall 2 glaube ich bei clan free to play es gibt natürlich mal wieder in dieser woche höhen tiefen nerviges ätzendes also den nerven verlieren das so will ich mal sagen in jemand hat schon mal die nerven verloren nicht ich nicht ich meine ich könnte auch verlieren ja aber ich habe eben auch gesagt mensch macht ihr keinen kopf rum denn gar nicht darüber nach ist einfach so ja ich gebe der reihe nach durch einmal pro pro server hier kann ich euch auch so ein bisschen so im moment haben wir ja so halbzeit so ziemlich halbzeit drei haben aber schon gespielt und den vierten sind wir jetzt gerade bei und tatsächlich ist diese woche eigentlich hier im klaren deutschland so ein bisschen was wie so eine art ich will es mal so sagen nach so schnell ja man wir können die ohne ende wir können hier ohne ende tippen sind hier glaube ich auch erst oder zweiter ja und der nächste der dritte ist jetzt eigentlich schon abgeschlagen man kann jetzt schon sagen wir werden erste oder wir werden zweiter und allerdings liegt das dann teilweise auch in den bases ich habe mir das hier auch mal mal wieder angeguckt der chef koch ist ein frischer elfer hat 250 truppen zwei armee lager bauen noch und ich habe in worten und habe jetzt glaube ich auch immer noch den boost und muss jetzt diese base hier machen also aus meinem gegenüber und jetzt habe ich eben überlege ich das ist das ist eine komplette rat aus 10 base obwohl der kollege ich habe es dann doch schon angeguckt eigentlich alles was ein elfer haben muss auch im normalen dorf gebaut hat das heißt also der hat eigentlich eine art artillerie der hatten bogenschützen tun werde kanone mehr und so weiter und auch ein paar mauern mehr nur hat er hier nicht gebaut warum fällt mir das eigentlich auf das ganz einfach habe ich eben mal so überlegt das ganz einfach denn ein klang wie vorher musste ich ihn zähne angreifen ihn hier und siehe da es ist die gleiche base es ist die gleiche base ich muss mal also nur noch mal angucken wie hast du denn eigentlich gemacht und den habe ich ja wie soll man sagen den habe ich eher recht als schlecht gemacht so muss ich sagen schlecht geblitzt und noch schlechter geflogen hier obwohl ich glaube ich da habe ich noch da habe ich schlecht geblitzt da bleibt die luftabwehr da stehen muss ich noch mal einen nachblitzen ein bisschen doof nicht richtig getroffen aber ich wollte auf jeden fall dort immer noch die bogenschützentürme mitbekommen und ja feger man kennt es bleibt einfach stehen okay habe ich gedacht egal musste durch elektro drachen habe ich leider noch nicht deswegen eine kaserne habe ich noch nicht gebaut deswegen musste ich hier auf die normalen drachen zurückgreifen aber ihr seht ist alles im boost ist noch in dem normalen upgrade boost vom rathaus level 10 auf 11 und letztendlich habe ich mich so ein bisschen daran erinnert wie das im moment die 13er 14er machen einfach so mit diesen drachen spam und so habe ich das jetzt auch hier gemacht aus der gegnerischen klaren wo kam natürlich ein bisschen was raus gar keine frage und der angriff hier ist auch gar nicht mal so was kann ich ob der jetzt knapp war oder nicht knapp war hat dass ich meine multi in fairness helfen natürlich immer so ein bisschen die machen deine queen dann nicht direkt kaputt ganz ganz spät gespielt das luftschiff da sind auch nur balance drin das heißt ich bekomme das rathaus natürlich an der stelle nicht weil es nicht verteidigt ja weil es nicht verteidigt und so ein bisschen splaschen geht natürlich an den an den ans rathaus dran aber mehr nicht und deswegen gehen natürlich die balance erstmal noch auf die defensiven gebäude und teilen sich jetzt noch mal auf den x bogen und auf den entfernen oder entfernen bleibt allein gestehen kann ich mich noch daran erinnern bleibt leider stehen und ich hoffe überhaupt dass die aufnahme was wird denn ich habe eben abgedatet auf obs 28 01 ich habe extra sogar gewartet bis es auch im auto updater war denn ich habe die tage also den einen oder anderen stream gesehen da haben die leute auch abgedatet und dann gegen das nicht und das nicht und elgato lief nicht und kamera war irgendwie ganz verschoben und 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 also so so war das irgendwie hat dies auch nicht verschoben ist dies noch ganz normal naja wir sind ja beim laufenden ck auch zu der klaren bogen befüllung hier perfekt und auch zu der angriffsmodularität hier alle angriffe bisher gemacht im klaren deutschland ist das ist echt cool muss ich sagen und du kannst natürlich weitergehen na klar kann es mit den dips weitergehen da hat man es in der regel ein bisschen einfacher aber letztendlich möchten wir das nicht wir möchten uns natürlich so ein bisschen messen und nur wenn es halt so ist wenn wir dann aufsteigen dann wird es in der nächsten saison in jedem fall etwas schwerer aber mit den 15 hier die notiere ich mir auch mal ist das eine coole sache alle 15 greifen an wir sind hier ja nur 16 leute der bänder ist der einzige der eigentlich nicht angreift ich kann hier nicht tauschen gar nichts und aber solange hier 15 leute ganz brav in 24 stunden ein angriff hinbekommen was willst du damit kann was willst du damit kann und wenn du dann natürlich noch ein bisschen erfolg hast ist das noch mal noch mal etwas besser ich frage mich immer warum machen die da warum nehmen den erdbeeren zauber wenn sie doch den den felsen roller hier haben oder felsenschleuderer rollenschleuderer felsenwerfer felsenwerfer nämlich felsenwerfer ja die wir schon ihr wisst schon das ding was da diese rolle hier loslässt und denn der macht ja auch morgen auf da brauchst du auch gar kein erdbeeren zauber finde ich da kann man sich denn fast sparen okay er geht natürlich auf und hat in dem hinteren bereich auch noch die mauern aufgemacht also ein bisschen sinn kannst dann schon machen aber das der rollt eigentlich so weit durch dass das rathaus und auch die dahinter liegende mauer in der regel bekommt und deswegen kann man sich eigentlich diese acht zauber acht zauberter dafür auch verbraten wahrscheinlich müsste ich gleich noch mal gucken kann man sich dann eigentlich sparen naja aber ich sehe den neuen ob es hier wer es vielleicht auch hat das ist so ein bisschen von einer von der lesbarkeit her viel viel besser geworden und ich habe mir die neuen features alle noch gar nicht angeguckt oder angehört beziehungsweise mal durchgelesen ich habe jetzt abgedatet weil wie gesagt es wird mir jetzt angeboten man hätte vorher schon updaten können aber da waren glaube ich noch 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 mehr fehler drin als jetzt und in der hoffnung dass dann auch die live sachen wieder funktionieren die kann ich jetzt an der stelle so nicht wirklich testen das war ein live test machen das war ein live test machen und deswegen mal wie viel zauber das hier waren am ende aber ich glaube es waren acht erdbeben zauber ja acht stück acht stück raushalt um soweit die mauern aufzumachen ok so weit so gut also wie gesagt hier im clan deutschland alles piano hier alle 15 greifen schön an ab und zu kann man auch mal was spenden hier hatte eigentlich schon mal ein paar hocks fertig na das ist nicht so schlimm ich habe heute schon gespendet ja passt ok immer nächsten klar gehen wir mal zu free to play rüber wir gehen einmal zu free to play rüber da bleiben wir so ein bisschen in dem rahmen gold kristall und hier ist hier ist es dann auch schon der ex faktor ja es ist ätzend wie jede wie jede liga hier im clan free to play es ist wirklich ätzend wieder verloren wegen zwei nicht angriffen sehr schade was heißt wieder verloren die ersten angriffe ich habe ich habe alles durchgeschaut die ersten vier tage haben alle angegriffen beziehungsweise die ersten drei tage nur den vierten tag haben zwei nicht angegriffen und da hätten wir hätte hätte verrat hätte tatsächlich gewinnen können denn hier stand ist 30 zu 26 der gegner hat vor allen dingen drei angriffe nicht gemacht das weiß aber vorher auch nicht und deswegen die haben sieben mal drei sterne mit ihren zwölf angriffen gemacht und wir nur zwei aber wenn jetzt die anderen beiden noch angegriffen hätten hätte hätte fahrt kette dann hätten wir vielleicht noch vier sterne gekriegt wenn ich sogar fünf hätten dann diesen einen klaren krieg gewinnen können denn wir werden hier ganz klar durchgereicht in dieser liga hier muss man muss man ja wir werden durchgereicht ich denke mal wir werden durchgereicht nach kristall 3 ist zu schwer hier ist einfach zu schwer hier weil du hier nur am hit up bist und das ist das zermürbende hier auch auch für mich ist das sehr sehr zermürbend wenn ich immer sehe dass ich natürlich immer drei kassiere irgendwo unten mal nicht hier kommen donnerbengel hat mal nicht drei kassiert hurra von seinem gegenüber hier hat er sein gegenüber mal gerade auf 57 geschafft aber wenn man meinen laufenden reingehen dann ist das sicherlich obwohl ich will nicht sagen es ausgeglichen sind die über oder unter uns okay die sind jetzt zwei über uns also vielleicht könnten wir hier was reißen 78 schwierig 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 aber ihr seht selber das ist hier oben für uns sehr sehr schwer ist rathaus 12 auf rathaus 14 ja und der hat auch voll ausgebautes rathaus er hat eine art allergie die ausgebaut ist er hat scatter shots die die grüne farbe haben ist das grüne als eine grüne farbe grün gold und das ist dann schon es ist dann schon echt schwer finde ich je nachdem mal gucken wie der wopper dass sich das hier gelöst hat also zwei rathaus stufen und ich mache das ich mache das auch wirklich nicht gerne nicht weil ich jetzt unbedingt immer drei sterne holen will was ich ja nicht tue sondern weil ich mich schon schwer tue zwei sterne zu holen ja aber wopper ok jetzt kommen erst die loons mal sehen aber ich denke mal erholt sich das rathaus denn mit einer safe blind kann ich mir vorstellen ja jetzt auch erst los lässt okay mal gucken klaren burg kommt da auch irgendwann mal raus denke ich mal da ist da habe ich jetzt schon öfter gesehen e drachen oder den ganz ganz großen goldenen dran und was hat er drin gehabt hier ok er hat noch ein drachen reiter mit dabei gehabt perfekt wunderbar der schießt dann auch ein zweimal aufs rathaus ist jetzt aber auch an ihrem gift gestorben aber ihr seht selber 47 prozent und das ist jetzt knapp ja also gerade so oft 53 gekommen klar klaren burg lebt noch adler artillerie ist auch noch am ballern soweit ist er gar nicht gekommen ihr seht er hat letztendlich 12 so zweieinhalb knapp 33 von den quadraten hier raus bekommen von den boxen mehr nicht jetzt war es gerade so die dritte und mehr geht aber auch nicht mehr viel mehr glaube ich geht da nicht weiß ich nicht kann ich mir so vorstellen dass da wirklich nicht so ultra viel geht deshalb bock schwer mal gucken cp hier hat sich dann den hier ein verleibt das ist jetzt rathaus 13 auf rathaus 13 ok und ein kleines rathaus alles klar auch mit drachen im moment drachen da habe ich ja meine eigene meinung zu und er sicherlich auch was ich gar nicht habe ich habe gar nichts zu trinken glaubte ich habe ich tatsächlich nichts zu trinken hier oben sehr ehrlich habe gedacht ich hätte noch so einen kalten kaffee hier stehen ok cp gleiches prinzip hier drachen lohnt es mit rein und dann soll das hier richtung rathaus gehen wir hatten ja gedreiste hier ok also ist so ein bisschen augenhöhe ich glaube cp ist ein bisschen weiter als der kollege hier mit seinem rathaus 13 ist aber auch der hat eine 66er queen hier also ist gar nicht mal so weit wirken auch hier wieder der obligatorische e drachen der ist natürlich sehr sehr langsam in der verteidigung und macht jetzt auch nicht so viel schaden an den an den truppen es halt nervig doch ein paar treffer punkte hat macht er noch ein bisschen schaden wenn er kaputt geht auch hier wieder spät geflogene blimp und hier ist dann auch wieder drin ok ich wollte gerade sagen da ist die quellen falle nein die tornado falle auch hier drachen reiter mit da drin und er überlebt jetzt ein bisschen länger macht noch ein bisschen schaden mit und dann sind das hier gute drei sterne von cpi und aber ich glaube ich muss auch wieder auf den 13er oder jeweils mit meinen zwölfern ich bin ja mit zwei zwölfer hier mit dabei auf 13er drauf und ich mache es nicht gerne weil ich bin immer vor wenn ich dann zwei sterne hole ich habe auch schon null sterne hingelegt hier aber ich muss ja mit alex muss ich den hier machen und mit dem donnerbengel auch in 13 mal gucken dass ein 1er rathaus ist ja ist noch ein 1er rathaus aber er hat er hat hier unten schon x mögen die ein bisschen weiter ausgebaut sind allerdings auf boden ok da könnte auch unter umständen was mit drachen gehen allerdings hirn fähiger dann müsstest du schon von hier irgendwie kommen dass du durch diese base jahre ist alles nicht ganz einfach alles nicht ganz einfach aber es gibt für alles eine lösung ok wir gehen den letzten clan rein würde ich sagen zum clan der herausforderer die auch die herausforderung mal wieder angenommen haben den meister 3 hier ein bisschen bisschen mehr zu stinken und der black man hier ist einfach gegangen weil er so leute ich habe mir das nun genug mit angesehen immer wieder greifen leute nicht an ich weiß es ist ein leidiges thema aber wie gesagt ich rieche mich da auch nicht darüber auf das müssen die leute alle selber wissen und sich an die eigene nase fassen und wenn man dann reinkommt so nach dem motto schade habe ich verpasst ja schade naja wir haben ja noch keinen einzigen doch den ersten klang haben wir gewonnen danach haben wir nur lacklack bekommen weil ein angriff nicht gemacht im nächsten zwei angriffe nicht gemacht und ich glaube im letzten war sogar drei angriffe nicht gemacht ich muss mal gucken im letzten ich bin auch gar nicht ein wer es war neben nur zwei angriffe hätten wir auch noch gewinnen können hätten aber hätte hätte hätten wir aber auch noch ein stellen mehr machen müssen hier und im moment aktuell kämpfen war glaube ich gegen den ersten und auch der wird uns ja mal sehen ob bei uns niederringt schwierig zu sagen schwierig zu sagen ob die uns niederringen ich meine hier unten sind ein bisschen schwächer mit denen mit den 13 an da könnten die uns ein bisschen überlaufen und uns da die sterne streitig machen aber wir haben hier im oberen bereich schon sehr sehr cool angegriffen und vor allen dingen mortus mal mit einer truppe die er noch nie angegriffen hat glaube ich nehme ich mit elektro drachen und habe ich den mortus zumindest noch nie gesehen ich kenne eigentlich mortus nur als lupenreihen oder als hybrid spieler und habt ihr noch gar nicht so jetzt mit drachen mal angreifen sehen aber es sind ja drei sterne geworden und dann halten wir noch ganz gut dagegen ärgerlich sind dann schon die angriffe die nicht gemacht wurden ich meine in den letzten 56 liegen glaube ich habe ich alle meine angriffe immer gemacht egal wie egal wann davor gab es bei mir auch mal eine zeit habe ich die auch gerne mal verpennt aber ab irgendeinem gewissen punkt habe ich mir auch gesagt 24 stunden zeit auch wenn du hier mit 456 account spielt andere spielen noch mit viel viel mehr sollte das eigentlich drin sein und zeit genug zum vorbauen oder zum vorplan hat man in jedem fall und deswegen man kann ja auch mal gucken ob die leute nicht so eine teilweise gleiche base haben also das sollte in jedem fall drin sein ja es ist ärgerlich aber es ist nicht so ärgerlich dass man dass man da jetzt habe ich mal herzblut reinlegen sollte um sich aufzuregen das nicht gut für die gesundheit leute und lieber lieber so ein bisschen belächeln dann dann altert man auch nicht so schnell als dass man sich darüber aufregt dass es ist ein spiel leute ja es ist ein spiel und es ist nur ärgerlich wenn ich es geht hier zumindest zumindest in dem ding hier geht es um nichts um nichts bei den challenges geht es ja im moment um etwas wo man truppen aufsparen muss um das event oder die challenge zu schaffen was ich glaube ich nicht gesagt hatte was es als als die wort für die zweite challenge gibt es gibt dort ein hand signierte goldene pecker statu erstmals die goldene pecker status schon sehr selten und dann auch noch hand signiert von den entwicklern und von diesem ganzen team das ist doch toll oder frage mich nur wie die alle ihre unterschrift auf diese pecker statu kriegen aber irgendwie wieder schon gehen und es gibt ipads zu gewinnen die dann logo hinten eingraviert haben das heißt also da hat man die garantie aber dann doch noch das wird dann super selber mit apple abgesprochen haben dass die garantie nicht kaputt geht nur weil man das gehäuse an ritzt sage ich mal also die gibt es auch noch und finde ich auch sehr gut dass da ein bisschen was rausgehauen wird von supercell oder seiten supercell zum erst mal zum zehnjährigen jubiläum in diesem jahr und dann auch noch zur clash fest weltmeisterschaft also finde ich echt cool finde ich wirklich gut so haben wir einen schönen zwei sterne hier unten in dem bereich kekse 13 auf 14 also ich ja auch ein hit-up auf einem max base zumindest was das rathaus angeht der rest der verteidigung ist so ein bisschen stehen geblieben wobei rathaus elf würde ich fast sagen teilweise sogar bei 10 das ist glaube ich in 10 noch oder oder das sind 10 da habe ich jetzt aber auch wieder häufiger gesehen ich habe mir heute auch einen account angeguckt ich weiß auch gar nicht warum der meine hilfe braucht da steht immer nur als kommentar toto ich brauche deine hilfe weiß er sagt nicht was für eine hilfe er von mir braucht da steht nur toto ich brauchte mal deine hilfe oder ich brauche deine hilfe und steht seine tech da was solchen damit anfangen muss ich muss ich den verfasser ehrlich mal fragen was soll ich damit anfangen braucht deine hilfe ich meine wenn ich mir dein dorf jetzt wahrscheinlich angucke dann verstehe ich wahrscheinlich dass du hilfe brauchst ja aber es ist nichts konkretes nach dem motto die kasern hatte übrigens umsonst versehentlich gespielt so wo es dann heißt was soll ich als nächstes updaten oder oder wie findest du meine base habe ich die nicht toll designt aber nein da stand einfach nur tot ich brauche deine hilfe das ist ein persönliches einzelschicksal und persönliche einzelschicksale kann ich nicht immer betrachten ja erst recht nicht wenn ich gar nicht weiß was zu tun ist oder tabalack mit seiner queen war allerdings musste er die schon zünden und muss jetzt das rathaus ein bisschen kosten ja da ist aber auch noch der entferne und auch okay kann aber beides kosten schade etwas gesagt den hat er jetzt verschwendet den frost weil er hätte den inferno vielleicht obwohl hat in entfernung nicht mehr bekommen und die queen ist dann ja auch in die gift für zu reingelaufen war aber nicht so schlimm hat bis zu diesem zeitpunkt ja eigentlich schon über 50 prozent aber jetzt guckt mal für die restlichen prozent hier da geht nicht mehr viel da kommt eine hex aus der clanburg und ein paar super minions und mit dem mit dem bisschen hybrid hier drei prozent noch geschafft ich glaube 50 prozent mit der queen und dem box und das ist echt ja das ist dann 58 geht aber immer sind zwei sterne ist ein hit ab und ist auch völlig in ordnung und wenn es nur stände wären er hätte angegriffen ja er hätte angegriffen naja ok also auch hier sind wir so auf hälfte hälfte und hier denke ich mal sollten wir eigentlich die liege halten die letzten beiden steigen ab das wird uns ich denke mal das wird uns gelingen auch wenn nicht alle angreifen ich hoffe ihr seid genauso cool in der liga dabei seid gut am start und er hat euch nicht so es macht überhaupt keinen sinn ich ärgere mich auch nicht und dann wollen wir vielleicht in der nächsten saison dass das das etwas noch bessere hoffen ich würde mich auf jeden fall wieder super freuen wenn wir es wieder drei clans hinbekommen ist dann doch schon ein bisschen mehr los und von daher auch habe ich jetzt echt lange aufgenommen leute 23 minuten ok da habe ich das jetzt meine schneider hoch schneide ofen und gucke wie das geworden ist und dann würde ich sagen sehen und hören wir uns sicherlich in weiteren videos ich bedanke mich fürs zuschauen und vielen dank für die unterstützung vor allen dingen euer toto jetzt mache ich aus so Untertitelung des ZDF, 2020